Hey Leute, the Lord is back und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und zwar, ja, das ist jetzt mein erstes Re-Life-Reaction-Video, keine Ahnung, also nicht Reaction, aber so, in dem ich mich zeige. Auf jeden Fall, ich muss eine wichtige Info verkünden und das geht leider nicht auf der PS4, ja, denn, ähm, ich hab halt jetzt zur Zeit einen Zweit-Account, diesen Clan-Account, in Besitz, denn mein richtiger Account auf der Playstation, der wurde leider gesperrt und das Witzige ist ja auch, ähm, ich weiß nicht, warum er gesperrt wurde und, ähm, wir haben ja heute Freitag, ne, das stimmt, genau. Ähm, der Account sollte morgen wieder entsperrt sein und dann können wir wieder Videos machen. Ähm, also der war jetzt vor vier Tagen, ähm, gesperrt oder so. Ich weiß nicht, warum, das ist, ich find das voll kacke, aber morgen ist ja zum Glück wieder entsperrt, nur, dass ich das als Info geben kann. Und dann hab ich noch etwas, ähm, wo ich hier dieses, äh, Infovideo gemacht habe mit GTA, da sind ja voll die Likes hochgesprungen. Ähm, sagt's mir mal wirklich, ob ihr wirklich GTA 5 sehen wollt, wenn, ähm, denn ich hab so ein Gefühl, dass ihr das wirklich übertrieben sehen wollt. Weil immer, wenn was mit GTA ist, Likes, ne, wisst ihr, Leute. Ähm, auf jeden Fall, das soll's gewesen sein. Schreibt unten hier unter dieses Video bitte in die Kommentare, ob ihr das halt sehen wollt, GTA 5. Und das war's jetzt von meiner Seite aus. Nur damit ihr das wisst. Ja, ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und dann sehen wir uns morgen mit einer frischen Runde. Müssen wir gucken, Minecraft wollten wir ja machen und so. Also, haut rein, Leute. Peace out. Ciao. Ciao. Ciao.